ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu grid autosport wir sind inzwischen schon relativ weit gekommen nämlich in saison 13 spielen jetzt ein street event weil uns da nämlich unbedingt noch ein bisschen level up fehlt und mal gucken was ich mit euch spiele die sind alle jetzt doch ziemlich lang die einzelnen events inzwischen aber ich denke wir werden mal hier das fan attack spielen wo gibt es mehr xp xp gibt es bei team kicker und da fahren wir natürlich auch für team kicker an der stelle und mal gucken wie es so aussieht ob wir wieder einen coolen teamkollegen haben auf denen wir uns absolut nicht verlassen können vier events sind insgesamt street performance wir fahren in washington spannend weiß ich gar nicht ob wir da schon mal waren ich kann mich nicht daran erinnern ich glaube nicht dass wir schon mal in washington waren und wir fahren mit einem mercedes wir können trainieren aber nicht qualifien wir haben dings gemacht ach so ja ich tune jetzt mal ein k ein bisschen weil wenn ich damit nämlich gewinne dann gibt es ein achievement so mehr niedriger ja kommt wir schalten hier mal die bodenfreiheit ein bisschen niedriger und das sollte es dann eigentlich schon tun so ab geht's vielleicht haben wir jetzt das auto damit auch vollkommen lahm gelegt ich habe keine ahnung wir werden es sehen wir starten als zwölfter und unser teamkollege ist elfter das geht ja schon mal gut los ich stelle ihn mal hier auf pushy und unser event rivale war glaube ich auf stadtplatz zwei also ziemlich weit vorn so in der ersten kurve gehen wir gleich mal ein bisschen ab hier wird wild geträngelt vor uns im audi lager und naja ich glaube es ist doch schon mal in washington gefahren jetzt wo ich die strecke hier so sehr kommt mir das irgendwie doch wieder ein bisschen nur bekannter vor kleine kollision hier vor der kurve mit dem gegner hier werden ja alle sehr sehr langsam das nutze ich mal um ein bisschen vorbeizuziehen auf der innenspur denn wir wollen ja mit unserem getuneten wagen jetzt gewinnen denn wir wollen ja unbedingt alles team achievements haben so oder spuren wir mal ein bisschen zurück würde ich sagen gucken mal ob es beim zweiten mal ein bisschen besser geht wenn wir die andere c klasse da einfach ab quetschen aber ich glaube schon wir fahren übrigens mit einer dieser schönen spritschleudern von mercedes aus ihrer hauseigenen tuner schmiede amg es ist der c63 hat unglaublich viele ps und ich weiß gar nicht wie viele ich glaube irgendwas um die 400 müssten es mindestens sein gibt es auch als kombi sehr praktisch für die familie braucht halt nur irgendwie 150.000 liter benzin und bestimmt auch noch super das heißt ihr solltet am besten euer eigenes tankflugzeug dabei haben und natürlich auch noch den eigenen kleinen flugzeugträger damit ihr auch immer schön kriege für billiges öl führen könnt so genug der gesellschaftskritik fürs erste vor uns ist mit sicherheit wieder das team raven west falls das mitfahren sollte habe ich ja nicht drauf geguckt ja und da gehen wir doch immer aggressiv rein in einen ohne das ist das team monster zumindest derjenige den ich da gerade in die mauer gedrückt hat war vom team monster und wer es von welchem team er hier vor uns ist konnte ich jetzt so noch nicht sehen er ist vom team racer sag ich doch was macht unser team kollege im hinteren teil des feldes oh das war jetzt hier sogar fast mal clean überholt aber hat nicht gereicht ich stelle unseren team kollegen mal auf angriff vielleicht hilft uns das ja ein bisschen weiter so schön die führung übernommen am ende der zweiten runde hier vorne sind ich glaube ich stadt und ziel ja wo auch dieses riesige schwarz-weiß karierte banner hängt kann man eigentlich praktisch gar nicht übersehen ich habe übrigens heute auch eine schöne freizeitbeschäftigung für euch entdeckt also wenn euch langweilig sein sollte kann ich euch nur empfehlen besorgt euch irgendwoher eine sicherheitsglas scheibe muss nicht mal so besonders groß sein meine war allerdings leider doch relativ groß gewesen und dann zerbrecht die einfach ähm das geht auch relativ einfach muss man sich gar nicht sehr anstrengen und ähm äh ja und wenn man es gut anstellt schneidet man sich dabei auch übrigens nicht ähm erschreckt nicht das gibt einen ganz netten äh netten bumm sozusagen wenn das sicherheitsglas in 95 milliarden tausend teile zerspringt und am besten also wenn ihr richtig großen spaß haben wollt also sprich euch sehr langweilig ist macht es über einem teppich dann äh ja dann werdet ihr auch äh monate danach sozusagen noch spaß daran haben ähm allerdings wenn ihr jetzt irgendwie kleine kinder oder sowas im haus habt oder äh oder haustiere dann macht es mal lieber nicht ähm die könnten das weniger lustig finden aber wenn ihr so single leben habt oder vielleicht auch mit eurer freundin und die könnt ihr irgendwie nicht mehr so richtig gut leiden dann besorgt euch eine sicherheitsglas scheibe und zerbrecht die zu hause da habt ihr wirklich monatelangen spaß und auch eine richtig schöne ähm nachmittagsbeschäftigung ja mehr solche tollen freizeittipps gibt es übrigens unter pecs freizeittipps punkt de punkt v u punkt co.uk und so weiter so jetzt hier mal zurück zum spiel wir sind in der letzten runde haben keinen besonders großen vorsprung wenn ich der minimap glauben schenken darf aber sind auf dem weg zu unserem ersten sieg wir wollen mal hier den tag nicht vor dem abend loben bzw das rennen nicht vorm ziel aber das ziel kommt glaube ich jetzt äh schon hier ne ich glaube kommt da ist noch eine linkskurve danach oder? 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 ach ja genau jetzt kommt hier noch eine kleine gerade dann eine linkskurve und dann äh ja der Kosse ist übrigens sehr eckig aufgebaut also alles schöne 90 grad kurven ja stimmt hier die kollegen sind echt nicht so sehr weit weg ne? das war noch gar nicht das ziel kommt noch eine kurve meine güte was ist hier los? das ist da jetzt hier aber ja da ist jetzt das ziel schöne sache und ab durch die mitte und no da ist auch schon ähm die steam errungenschaft könig der schrauber wenn ihr die auch haben wollt äh modifiziert euer auto und gewinnt damit ein rennen ziemlich einfach so wir sind natürlich noch auf team 2 der teamwertung da unser team kollege wie immer eine totale flasche ist eine nichtsnutzige absolut unfähige flasche so ach ja ich glaube wir fahren jetzt gleich nochmal in derselben fahrzeugkategorie performance das heißt ich werde auch wieder einen mercedes pilotieren dürfen denke ich mal und wir fahren in dubai da sind wir schon mal gefahren die strecke hat mir ziemlich gut gefallen muss ich sagen ähm aber was ich auch äh euch äh erzählen kann wir ach so das ist noch so eingestellt dann lassen wir das doch so ähm ich hab die tage mal wieder äh grid äh 2 gespielt auf der xbox allerdings also auf der 360 und da ist mir aufgefallen dass das irgendwie eine ganz andere optik hat irgendwie eine viel dreckigere irgendwie so ein bisschen ja weiß auch nicht andere optik hat mich eher dann so von der optik ein bisschen an äh midnight klappe eher ne war nicht so clean jetzt hier wie das grid autosport fand ich eigentlich auch ganz cool und dabei ist mir auch unter anderem dann noch aufgefallen dass das grid 2 eigentlich gar nicht so schlecht ist und äh weil irgendwie hatte ich das äh nicht so gut in erinnerung und hab's auch nicht so intensiv gespielt und ich hab hier jetzt gerade während ich euch voll sülze über grid 2 äh einen tollen äh funkspruch hier meines teammanagers abgefangen der nämlich gesagt hat äh dass unser teamkollege einen unfall hatte und auf platz 2 zurückgefallen ist also nochmal zum mit schreiben ne platz 2 wie ist denn der heini auf platz 2 gekommen ich meine der war sonst immer so platz 493 oder so aber naja davon ist übrigens der mann in dem gelben auto ich weiß nicht ob ich ihm jetzt irgendwie anweisen soll dass er seine position verteidigt oder nicht oder was auch immer so das stottern ist zurück und äh auch sehr schön codemasters hat äh gerade heute jetzt neue dlcs und so angekündigt aber ähm ja irgendwie haben sie es noch nicht äh hingebracht mal das stottern wegzukriegen das ist ganz schön traurig eigentlich für so ein studio schön hier anzugeben der presse ohja wir bringen die voll geilen dlcs und alles cool äh unter anderem wollen sie wohl auch einen virtuellen äh rückspiegel nachreichen also für ingame und so ähm nicht für ingame sondern für die innenperspektive aber ja irgendwie äh scheint das wohl sehr unterschiedlich zu sein in der wahrnehmung her die denken eben auch so ein paar dlcs um den leuten wieder geld aus der tasche zu ziehen die sind wichtiger als ein funktionierendes hauptgame kann ich äh überhaupt nicht nachvollziehen aber naja das schlimme ist auch nur ich vergesse irgendwie das immer wieder so ein bisschen nach dem spielen äh mein hass auch mal loszuwerden also ich wollte eigentlich schon die tage nochmal was in die foren schreiben habe ich vergessen dann wollte ich die mal auf twitter ein bisschen flamen habe ich auch vergessen also es ist irgendwie ich weiß nicht so genau ich bin dazu nachlässig wenn ihr die probleme auch habt dann äh ja helft mir doch mal dabei flamed codemasters auf äh twitter und in ihren foren und äh auf facebook und wo ihr noch so könnt das wäre wirklich äh großartig so was sind wir denn hier eigentlich vierter sind wir sind noch gar nicht mehr so viele runden bin ich hier vorne auch schon durchgefahren kann mich nämlich gar nicht mehr richtig dran erinnern ach doch das war hier das mit dem kurvenausgang wo man hier so schön ähm rausfahren konnte ich habe mich auch gerade gefragt warum die achievements da unten oder beziehungsweise diese ganzen steam meldungen schon wieder so klein eingeblendet werden aber ich glaube das liegt daran weil ich den big picture mode von steam ausgeschalten habe das da oben sah gerade aus wie ein db regionalexpress ohne scheiß war schon mal einer von euch in dubai also wenn jemand schon mal von euch in dubai war äh schreibt doch mal bitte in die comments ob ihr da einen db regionalexpress gesehen habt für die knallharten bahnfans unter euch könnte ich jetzt noch sagen das war glaube ich ein sogar ein desiro oder es sah zumindest aus wie ein desiro triebwagen aber sicher bin ich mir nicht und ich bezweifle ehrlich gesagt dass man die dinger bei codemasters kennt aber man weiß es nicht man weiß es nicht so ich werde mir übrigens dann gleich mal eine notiz ich spule hier nochmal kurz zurück damit ich ja meine führung nicht gleich wieder verliere weil ich mich so schön verbremst habe ich werde mir übrigens dann in mein mobiles telefon gleich mal eine notiz machen ach siehst du genau das wollte ich eigentlich vermeiden dass ich meine führung wieder verliere ach ich muss echt mal an meiner rückspultechnik arbeiten nee was ich eigentlich sagen wollte war ich werde mir dann gleich mal eine notiz in mein mobiles telefon machen dass ich die codemasters leute flame oh oh ich glaube das ist schon das ziel nein nein ach wie dumm von mir na ok ich will mich mal nicht beschweren ich meine ich bin immerhin zweiter obwohl ich auch eigentlich hätte gewinnen können wenn ich einfach mal besser zurück gespult hatte so unser teamkollege hat es geschafft von den zweiten platz auf den zehnten zurückzufallen super leistung in der fahrermeisterschaft habe ich aber deswegen doch ein bisschen vorsprung und in der teammeisterschaft sind wir nur 5 punkte hinter monster energy racing ähm ja naja was soll ich sagen so von auf level 5 erfolgreich aufgestiegen und eine errungenschaft freigeschaltet die da heißt alter hase ich weiß jetzt nicht ganz genau wofür es die jetzt eigentlich gibt oder ob die mich damit dissen wollen aber das werden wir gleich rausfinden so was ist jetzt eigentlich das nächste rennen wir fahren in barcelona street gt ok das heißt es gibt jetzt noch ein bisschen schneller aber das ist es jetzt immer ach nein ich will doch kein training nein ich will nicht ich will nicht trainieren ich will ich will eigentlich auf die fahrzeugtuning eigenschaften gucken ja die lassen wir jetzt mal so wie sie sind würde ich sagen und stürzen uns mal direkt rein ins rennen jetzt irgendwie in der gt klasse ich starte vom letzten platz unser teamkollege ist wieder mal zweiter ich stelle unseren teamkollegen jetzt mal knallhart hier auf verteidigen unser team steht auf tabellenplatz 2 und vielleicht schafft das der ja mal seinen zweiten platz irgendwie zu halten werden wir hier durch Barcelona fahren und da links war gerade die Sagrada Familia falls jemand von euch weiß was das ist oh also der fliegt ja hier das sah aus wie unser teamkollege ich sag euch der sich da so also der ist ja regelrecht durch die Luft geflogen erinnert mich an dieser alten Mercedes die mal in Le Mans da plötzlich in den Wald geflogen sind wer das von euch kennt ja wenn nicht gebt es mal bei YouTube ein Mercedes Le Mans Fliegen irgendwas dann sieht man das schon war damals ziemlich krass die sind auf einer der schnellen Geraden in Le Mans wirklich buchstäblich einfach abgehoben also vorn ging es hoch und dann flog das Ding einfach so weg also war unglaublich ja und so ähnlich sah das jetzt hier auch gerade aus und das war natürlich unser Teamkollege glaube ich den es da erwischt hat weil wenn mich nicht alles täuscht heißt er nämlich Comor Johnson und das Auto war so gelb so wie mein Alpha hier auch ist übrigens erfahren wir mit einem Alpha da ist irgendwas abgefallen das klang nicht gut das klang nicht so als ob das gut wäre wenn das abfällt dein Wagen ist vorne etwas ramponiert oh ich glaube mein Auto ist jetzt tatsächlich ach du Schande das ist jetzt glaube ich irgendwie tatsächlich etwas ernsthafter beschädigt naja oh jetzt haben wir oh und jetzt nein jetzt ist ein Reifen geplatzt ach okay Kinder jetzt machen wir folgendes jetzt muss ich das Event tatsächlich neu starten denn es ist gerade ein Reifen geplatzt am Auto mit einem geplatzten Reifen in dem Fall jetzt hier vorne links kommt man praktisch nicht mehr um die Kurven und ähm ja deswegen müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen ich versuche mal ein bisschen vorsichtiger zu fahren jetzt und vielleicht schafft es ja auch unser Teamkollege sodass er dann ähm nicht hier vor uns gleich wieder durch die Lüfte fliegt und sich selbst aus dem Rennen katapultiert das wäre mal echt ein Programm so dafür liegen wir jetzt auch gleich ein bisschen zurück oh schön ich glaube einer der Patches von Codemasters hat gehoben dass man nicht mehr über Fahrzeugteile drüber fahren kann beziehungsweise ist man ja einfach hindurch gefahren sondern ähm man fährt jetzt tatsächlich dagegen und hat ein Hindernis so hier wieder schönes Stottern und ähm ja bis jetzt habe ich auch noch gar nicht so richtig viele Plätze gut gemacht muss ich mal sagen da die Leute vor mir nämlich auch gar nicht so langsam fahren während ich jetzt hier mit dem Jaguar im Clinch liege ich frage mich übrigens ob das ein Alpha 4C oder ein Alpha 8C ist mit dem wir da gerade fahren ich kann die immer so schlecht voneinander unterscheiden obwohl es beides wunderschöne Altos sind und ähm ein Lichtblick in den äh ja eher nicht so hübschen Modellen von Alpha der letzten Zeit man sagt nur immer wenn sie jetzt auch noch nicht kaputt gehen würden ne dann wären es richtig gute Autos mit dem kleinen Unterschied äh dass der äh gemeine ähm Autofahrer sich halt einen 8C wahrscheinlich nicht leisten kann ich weiß übrigens gar nicht ob es die noch gibt ich hab mal was gehört da wurden nur so wenige davon gebaut dass die gleich ausverkauft sind den 4C könnte man sich vielleicht ein bisschen leisten weil er doch deutlich günstiger ist das ist aber natürlich ein super unpraktisches Auto auch ähm dafür sehr hübsch und äh ja aber glaube ich auch nicht ganz günstig ich glaube es kostet auch so um die 40.000 Euro rum also muss man auch schon ein bisschen dafür stricken und dann ist es halt immer noch ein Alpha ne so jetzt nähern wir uns hier ein bisschen der Meute und biegen fahren wir hier um den Aston Martin außen rum zumindest hätten wir das machen können wir haben wir nicht gegen die Wand gefahren aber hier vorne ist halt irgendwie auch echt mal die Straße zu Ende und irgendwo musste ich ja vorbei da vorne habe ich übrigens noch einen Teamkollegen gesehen der tatsächlich immer noch auf Platz 2 zu sein scheint ich habe ihn ja auch unten mal auf Angriff gestellt und ich würde ja also da würde ich ihn ja fast lob preisen wenn das tatsächlich schaffen würde auf Platz 2 ins Ziel zu kommen denn wenn ich noch ein bisschen weiter vorkommen könnte das nämlich bedeuten dass wir in der Teamwertung richtig noch was gut machen können natürlich nicht wenn ich hier so fahre 1,2,3,4 zurückgespult so jetzt gucken wir mal ob wir das hier noch irgendwie besser hinkriegen so zum Beispiel einfach das Auto vor uns als Bremsklotz benutzt und dann fix dran vorbeigezogen so schön hier die Kurve anbremsen während das Spiel fleißig vor sich hin stottert ähm so und wieder eine Position verloren sehr schön in der zweiten von äh drei Runden und unser Teamkollege führt ha ich habe es gerade oben links nur so aus dem Augenwinkel gesehen in der kleinen äh Positionsgrafik aber unser Teamkollege führt tatsächlich während wir hier jetzt mal eine Rückblende verwenden müssen und ich befürchte es könnte schon die letzte gewesen sein ja das heißt für das restliche Rennen muss ich jetzt ordentlich fahren eigentlich hebe ich mir ja immer gerne einen auf für so die Notsituation aber ähm ja ging jetzt halt mal irgendwie nicht das muss jetzt irgendwie so bis zum Rennende reichen Eieieiei, und kaum spricht man davon, schon kommt's zum Unfall. Hm, das ist ja jetzt gut gelaufen. Nämlich mal gar nicht gut. Ich bin jetzt Elfter. Und ohne Rückblende. Die rechte Seite, das ganze Auto ist im Arsch, Mann. So, na toll Das war jetzt ja komplett versaut Sozusagen der Event Habe ich schon extra nochmal neu gestartet Weil wir vorne einen Reifenplatzer hatten Aber Ja, besser ist es jetzt auch nicht geworden Ich meine als Elfter Gibt es da überhaupt Punkte? Schöne Scheiße Und ehrlich gesagt Kann ich auch nur hoffen, dass die Kiste Jetzt überhaupt noch bis ins Ziel schafft Denn da rechts sind auch schon So einige Dinge rot und die fährt sich auch Wirklich nicht mehr gut Und der Zwölfte hat jetzt ja auch gleich Noch ein bisschen aufgeholt Der möchte jetzt vielleicht hier noch Einen Platz abstauben von mir sozusagen Das können wir vielleicht Noch irgendwie verhindern hier so Aber schön Ist es nicht Hm, damit Ja, unser Teamkollege hat tatsächlich gewonnen Aber dank meiner beschissenen Performance Glaube ich Sieht es jetzt in der Teamwertung Trotzdem wieder blöd aus Zwei Pünktchen gab es dafür Na schön Ja, der Fahrerwertung führe ich immer noch Sechs Punkte Vorsprung In der Teamwertung sind wir jetzt auf Platz 1 Aber ganz knapp Ei, ei, ei Mit zwei Punkten Puh, da muss ich mich im letzten Event Noch mal ganz schön strecken Und hoffen, dass das mein Teamkollege auch schafft Sich noch mal schön zu strecken Ah, ist auch wieder GT Ja, da war ich ja gerade schon nicht so überzeugend Über die Champs-Elysées Über die Champs-Elysées Na ja, mal gucken Was das so wird Ob das was wird Ich weiß es ja nicht Obwohl die Champs-Elysées natürlich eine schöne Rennstrecke ist Und ich fahre schon wieder im Alpha Statt dann natürlich als letzter Unser Teamkollege ist Fünfter Naja, ich stelle ihn jetzt gleich wieder auf Angriff Weil vielleicht Macht er da tatsächlich auch ein paar Plätze gut Während ich hier mal versuchen werde Jetzt Nach vorne zu kommen Die Strecke bin ich übrigens erst in Grid 2 gefahren die Tage Auch wenn ich mir nicht sicher bin Ob die vom Layout wirklich jetzt genauso war Oder ob man da eine andere Route gefahren ist Aber naja Das werden wir rausfinden Würde ich sagen Bis jetzt glaube ich Kommt es mir schon mal anders vor So Gleich mal gedreht Herrlich Oh Da drehe ich dich auch mal rum Und mich auch gleich noch Das geht nicht so gut los Ich hätte schon Oh, da waren so Teamkollege beteiligt Ich habe es gesehen Das heißt also Die ganze Last Der Verantwortung liegt dann jetzt auf meinen Schultern Und ich habe gerade schon gesehen Dass ich hier durch diese Unfälle Auch das Vorderfeld schon schön abgesetzt hat Wir haben das Spiel hier gerade Sich mal wieder überlegt Kurz anzuhalten So langsam läuft es So langsam läuft es gerade Aber Ja, das passiert dann halt Man kann Zwar noch steuern Aber es ist halt dann so ein bisschen wie Knallharte Digitalsteuerung 0 und 1 Voll links Voll rechts Oder voll in die Wand Und ich habe mal voll in die Wand gewählt Und habe jetzt nach der ersten Runde Schon nur noch eine einzige Rückblende übrig Keine besonders guten Voraussetzungen Für ein Rennen in Paris So, jetzt kann ich euch aber sagen Dass es diese Kurve auf jeden Fall Bei Grid auch schon Bei Grid 2 auch schon so gab Und wenn hier vorne jetzt eine Schafe links Über die Brücke gekommen wäre Dann auch das Aber ich glaube Die Schafe links kommt jetzt erst hier Über die Brücke Und da ist dann auch Start und Ziel Genau Und den Kurs, den ich aber bei Grid 2 gefahren bin Da ging es jetzt hier vorne dann schon wieder links runter Nämlich Genau Hier wären wir jetzt da wieder links abgebogen So, das Spiel stottert wieder wunderschön Und da vor uns sind allerdings die ersten 1, 2 Wow Also das wird jetzt hier gerade Hat man das sehr schön gesehen Wirklich unspielbar Weil das hat kurz angehalten Und man wurde, kann man sagen Danach irgendwie 3 Meter nach vorm versetzt Und ich meine Wie soll man denn da vernünftig reagieren Und ich finde es doch so krass Dass das den großen Maß Dass Leuten nicht tierisch peinlich ist Also ich meine Die geben an Wie ein Sack Mücken Hier neue tolle DLCs Mit Strecken Und So, jetzt müssen wir mal zurückspülen Rückspulen, nicht spülen Also die geben hier an Auf jeden Fall mit neuen Strecken Und ja Wir fügen noch einen Rückspiegel hinzu Und noch neue Events Und bla 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 Ja alten Scheiß ey Ich würde mich erstmal darum kümmern Dass mein eigenes Spiel Nicht ruckelt wie Sau Und dann können wir vielleicht Über solche Gimmicks reden Und da fällt mir auch ein Ich habe auch schon den Season Pass gesehen Für 29 Euro bei Steam glaube ich Also ich meine Die wollen da praktisch zum Vollpreis spielen Nochmal 29 Euro für alle DLCs haben Man könnte auch erstmal sagen Hier, gebt mir mal 29 Euro Rabatt Auf die Die Auf die Diesen Mist Den ihr da gemacht habt Weil ordentlich laufen Tut er ja nicht Ne So Jetzt habe ich mich wieder abgeregt Denn jetzt ist nämlich Die letzte Runde Und in der würde ich gerne noch Nach vorn kommen Und da ich keine Rückblende mehr habe Muss ich das allerdings jetzt Ein bisschen vorsichtig Hier angehen lassen Und kann da nicht mit der Pressstange Das machen Weil sonst endet das nämlich Wie das Rennen vorher Nur mit dem einzigen Unterschied Dass unser Teamkollege Dann diesmal nicht Total abgehen kann Denn der ist nämlich schon raus Aus dem Rennen Der hat sozusagen Sein Auto schon abgestellt So Da vor uns ist der erste Und wer sollte es anders sein Außer Nathan McCain Die Speerspitze von Team Raven West So Das stottert Während der Kommentator meint Dass der erste Wagen Aus dem Rennen wäre Was aber gar nicht stimmt Denn der erste Wagen Der aus dem Rennen war War unser Teamkollege Und der fährt schon Doch die eine oder andere Runde Nicht mehr mit Und ich frage mich gerade Ob ich den lieben Nathan Hier wirklich ohne Ein Harakiri Manöver Noch kriege Denn er hat doch Einen ganz Offentlichen Vorsprung Und ich will das Auto Ja auch nicht wegwerfen Ich könnte es jetzt hier In dieser Kurve versuchen Die wirklich sehr eng ist Und habe mich auch Erstmal schön an ihm Vorbeigedremst Aber er ist direkt neben mir Und ich muss ihn jetzt mal So ein bisschen blocken Dass er nicht wieder So sofort vorbeizieht So und hier ist nämlich Jetzt auch schon Die Start- und Zielgeraden Da fahre ich mal schön Innenkampflinie Und jetzt ziehe ich noch Ein bisschen nach außen Und noch mal ein bisschen Nach rechts Und ja da bin ich mal erster geworden Schön wird es Sein Und jetzt bin ich sehr gespannt In der Fahrerwertung reicht das natürlich Und in der Teamwertung reicht es auch Uh mit vier knappen Punkten Vorsprung Vor Monster Energy Und uh Raven West ist mal nur auf Platz 3 Da werden bei Raven West aber die Köpfe rollen Ne das ist ja ganz klar So noch ein paar Achievements hier Ein bisschen EP Reicht immer noch nicht für Level 6 Naja da muss ich wohl immer noch Eine etwas längere Street-Saison spielen Würde ich sagen Ja dann sage ich erstmal Tschüss für heute Schön war's Wir sehen uns bei der nächsten Runde Grid Autosport Bis dahin Ciao